Die Nationalbibliothek für Auswärtige Literatur im 5. Bezirk ist eine der jüngsten öffentlichen Forschungsbibliotheken in Ungarn. Es hatte ursprünglich als eine russische Sprachbibliothek gearbeitet. Heutzutage hat es zwei besondere Aufgaben. Es enthält eine eingehende Sammlung von Originalmaterialien, hauptsächlich zur zeitgenössischen Weltliteratur, Linguistik und Musik. Und es ist das Koordinationszentrum der Minderheitenbibliotheken in Ungarn.